Sesam, stürzt doch mal ein bisschen ab. So, mal ordentlich ins Mikrofon gerülpst. Das ist professionell. Warte ich doch lang, oder? Mensch, wo fliege ich denn schon da lang? Mal auf die Minimap schauen. Und packt gerade mal wieder rum die Minimap. Schau, jetzt sag ich mir, ob Ende von dem Platzplatte jemand... Ey, jetzt gibt's da wirklich... Ne, Minimap. Jetzt nur die richtige Taste drücken. Tschüss. Ah, du kannst beim Laser nicht entkommen. Mit meiner Rakete auch nicht. Kugel, Dingsbum. Na, drei sind zu wenig. Fünf müssen schon sein. Kann man noch mehr als fünf haben? Müssen wir mal auf leicht probieren. Restart-Position aktivatet. Ey, 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 ey. Kennt ihr das, wenn ihr ums Verrecken nicht ins Loch kommt? Zudachwasser? Durch was? Ach, da hinten. Ich seh schon. Wird auch nicht durchs Feuer vernichtet. Sehr logisch. Wie in der Realität. Nee. Haha. Nicht daneben schießen. Dann trifft man auch besser. Das weiß ich auch, warum ich Nitro bekommen habe. Für nichts. Sicherheits-Zür öffnet sich. Ach nö, jetzt muss ich nochmal zurückfliegen. Und das war doch da, wo ich eben... Nee, das war... Nee, ich war... Doch, das war... Ich weiß es nicht. Kannst mich mal... Stirb. Vier Stück. Ich hab vier auf einmal. Oh ja. Da wird ja neidisch was. Schön, wie das Ding immer noch grad ausguckt, während das Schräg schießt. Da ist übrigens ein Gegner. Irgendwo da oben ist ein Gegner. Halt die Fresse. Oh, es ist tot. Es. Es ist übrigens hell hier. Okay, das Spiel. Ist ja einfach. Ach, komm schon. Ich hab ein Laser. Was wollt ihr denn schon so was machen, hm? Mich töten. Gutes Argument. Der Punkt geht an euch. Bitte, ich töte euch doch schon, bevor ihr gespawn-Zeit riebt. Möchtet ihr eben wegschubst? Nicht so wichtig. Stell dir fest, ich hab keine Raketen mehr, die ich abschießen könnte. Ist aufgelöst. Ja, ja. Das nervt doch überhaupt nicht. So, jetzt spawnen da wahrscheinlich nochmal Gegner. Äh, es sind schon welche. Ach nee, nicht der Typ. Auch nicht der. Er ist zum Erbrechen. Vier lief es left. Vier leben links. Ja, ja. Hauptsache, ich hab mein Laser. Mein Laser. Guckst du, wie du schaust. Ah! Stirb! Ey, fick dich doch! Schutzschild. Schutzschild. Ein Schiedsinn ist Schild aus Schutz. Ein Schild aus Schutzen. Kommt es dir jetzt mehr hinterher, oder nicht? Kommt es, oder kommt es nicht? Das ist die Frage. Es kommt nicht. Naja. Kannst du die Gedärme, die immer rumfliegen, hier kommen die auch gern mal. Bin die nicht eher so eine Art Pflanzenwesen? Ich glaube, da hab ich mal falsch verstanden. Soll ich mir vielleicht den Text mal komplett durchlesen. Ja, das wird allem drauf, was ich hab. Und nicht dann nachher, wenn das andere nichts mehr hab. Ist es tot, ist es tot, ist es tot? Es ist tot. Es ist auch tot. Unstoppbar. Und das ohne ein einziges Mal laden zu müssen. Ha! Brillant. Oh, das ist mies. Das ist einfach nur mies. Können wir gleich von mir sein, die Idee. So, links war glaube ich näher am Gitter, also fliege ich mal rechts hoch. Wie sie das Tor geöffnet hat, ne? Wirklich, unfassbar. Es ist so offen. Ich hab noch nicht so ein offenes Tor gesehen. Wieso hab ich jetzt 13 Goldbahnen? Äh, darf ich mal wieder raus? Danke. Darf ich mal auf euch schießen? Danke. Ach, hellig. Diese dynamischen Lichteffekte, wenn sie Gegner schilden, sterben. Ich hab übrigens super Raketen, ich jetzt gleich mal gegen den Gegner schiebe. Super viele. Halt die Fresse. Jetzt aber schnell. Spiel steht. Wo, wo denn? Mensch. Geh auf. Oh, da war noch einer. Ey, wisst ihr, was passiert ist? Das ist ja lustig. Das Spiel ist abgestürzt. Munition. Ich muss mich raus. Ach, komm. Ne, nicht speichern. Ich kann speichern, wenn man stirbt. Ich hab jetzt in den Scheiß auch ausgedacht. Lass mich. Ich zieg raus. Stirb bitte. Danke. So, du wirst mich also töten, ja? Ja, ja? Hup. So. Sterb dir bitte mal alle. Ich natürlich auch. Warum nicht? Machen wir auf hier. Ja, nee. Ich bin Lars. Nee, Lars. Der Lars. Der Lars. Das ist doch so, wie das von beiden Seiten ausgesehen. Sterb bitte. Sterb, bitte. Zweite Tool. Schutztür rufnet sich. Jetzt hab ich grad eben geladen, ja? Sehr schlau. Gut, die ganze Aktion also nochmal. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht halb so gut. Ich muss ein bisschen schneller drehen. Jetzt stirbt doch einfach mal. Ach, komm. Jetzt locken. Ach, fick dich. Nein. Fick dich doch einfach nur, Spiel. Fick dich. Wer setzt sowas überhaupt da hin? Ernsthaft. Das gehört doch nicht hin. Das macht man nicht. Das ist nicht gut. Na ja, so, so bleiben. Ich hab die Handels entdeckt. Bin ich gut oder was? Ganz alleine. Und das nicht mehr aus Zufall. Stirbst du mal? Da krieg ich den Nachbrenn nicht erst hier. Hier bräuchte man nicht viel mehr. Nicht dann auf. Jetzt stirbt doch einfach. Na endlich. Man muss überhaupt erst die Gegner töten, damit sie die Türen öffnen. Was für schwachsinnige Türen. So. Na ja. Hier, danke auch. Sterbt ihr. Danke. Tschüss. So, wo jetzt? Ich hol mir noch mal von Waffenenergie. Wenn sie noch rumliegt. Jawohl. So, fast das Maximum. 2.499 wäre das Maximum. Schießen wir noch mal vier. So. Noch eine Tür. Ach nee, nicht so ein Ding. Es war so offensichtlich, dass das so ein Ding kommt. Ja, und ich werde jetzt, na bestimmt nicht. Scheiß Drex Dings. Kann mich in diesen Zähnen verstecken? Vermutlich nicht. Ja, ja. Ja, ja. Stirb bitte mal. Ähm. Sterben. Weißt schon, das Gegenteil von jedem. Ist das ein Roder? Der hält noch mehr aus, oder? Ja. Das war doch ein Kinderspiel. Ohoho. Ja, will ich zwar nicht, aber hey. Ach nee. Ja, der kann es auch mal übertreiben, Jungs. Das ist irgendwie eher mein Spezialgebiet. Das übertreiben. Es gibt definitiv zu wenig Speicherstände, finde ich. Sollen wir mal was ganz was Neues, dass mein Schutzschild auflöst? Hatte ich ja noch nie. Ah, Fahrt zur Hölle. Wo komme ich die wieder, bitte? Du auch. Du mitten auch noch. Oh Gott. Ich war das bewusst, der tot ist. Dummdi dumm 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 dummdi dumm dummdi dumm. Dummdi dumm 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 dumm. Was ich mit mir anlege, ist voll dumm 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 kommt wohl nicht mehr. Ist nicht damit zu rechnen mehr. Ah! Geh weg! Ich bleib natürlich direkt vorm Eingang stehen. Ich bin ein schlauer Mensch. Halt doch die Fresse! Ah, sterbt! Oh, er ist glaube ich schon am sterben. Schild! Schuttschild! Munition! Ich kann das Fahrgeräusch nicht mehr machen. Das war Nummer 1. Äh, Nummer 2 war nicht. Das war Nummer 3. Bloß weil das Fass zerstört hat kommen Gegner. Natürlich. Wir schützen dieses Fass in unserem Leben. Oh, es ist zwar schon zerstört, aber dadurch geht es gerade nicht. Ist da hinten noch irgendwas, das sich lohnt und ich dahinter fliege? Oder geht es da weiter? Oder... Da geht es in das Loch. Ich gehe lieber oben rum ins Loch. Von oben ins Loch, ne? Was war das? Was ist das? Was will es von mir? Warum will es das? Ein Gegner nach dem anderen töten. Ein nach dem anderen. Oh, der ist tot. Was auch immer. Ich glaube, mein Schuttschild hat sich in Luft aufgelöst. Ich weiß auch nicht, warum ich da drauf komme, aber das Gefühl sagt mir sowas. Ach, hauptsache ich habe einen Laser. Oh, ich könnte Goldbahn mitnehmen. Was ist denn das? Ach, das ist nur so ein normaler Gegner. Den haben wir gleich geblättert. Na, du Kleiner. Schon mal einen Laser gesehen? So einen langen Laser wie mein? Hey Baby, wirst du auch mal einen Laser sehen? Ich habe zwei Laser. Die sind richtig schön lang. Ich habe das gleich zweimal bekommen. Seht ihr das richtig? Ja, geil. Was kommt da jetzt? Wer baut sowas direkt da und drüber ein? Er wird geschlagen, gehört ja. Tag und Nacht. Ohne Unterbrechung. Du schießt ja nicht auf mich, wenn ich dir nichts tue. Du schießt schon auf mich, oder? Du wirst es gleich merken. Ja, es schießt. Warum auch immer es jetzt auf mich schießt. Rassistisches Drexding. Was zur Hölle? Einen von beiden muss ich jetzt mal töten. So. Nachbrenner ist alle. Genau wie meine Mission, warum auch immer. So. Eine Runde geht noch. Eine Runde. Ich habe hier. Lägt mich am Arsch. Schutzschild. Schutzschild. Gesehen? So macht man das. So nicht anders. Schnauze. Warum habe ich dann auch immer keine Munition mehr? Warum? Das gibt doch gar keinen Sinn. Und wo muss ich jetzt schon wieder hin? Gibt keinen Sinn. Wo muss ich denn hin? Das reimt sich. Warte mal, wie viele Gegner habe ich schon getötet? Ich habe fast alles schon getötet. Viel kann jetzt hier nicht mehr kommen. Wenn hier denn überhaupt noch was... Aha. Das Fötoid Freischand immer gegen die Wand. Wer ist dieser Dave? Was? Erstmal einen Schluck trinken. Ah, okay. Dave Collins. Ich kenne nur Phil Collins, habe ich mal gehört. Gibt es auch jemanden, den Namen Dave Collins? Gibt es auch jemanden, der mich nicht töten kann? Willen, der mich nicht abrundtief hasst. Oh, muss ich weit fliegen. Ich hätte den Nachbrenner vielleicht aufheben sollen. Super. Okay, so macht ihr das nicht. Na, stirbst du schon? Wirbst du noch oder stirbst du schon? Diese Mistkerle will ich auf meinen Tricker reinfahren. Doch, jetzt. Wer ist dieser Typ überhaupt? Und was will er von mir? Ein wunderbares Spiel. Wirklich. Ganz toll. Ganz, ganz groß. Ach ja, Fick dich. Oh, er ist tot. So, wir haben auch noch die Barren Gold mit hier. Ich habe zwei Kristalls zuvor. Found zuvor. 16 Gold Bars. Found zuvor. 124 Killed out of 129. 4 von 80 ist gefunden. Hm, spiele ich jetzt noch weiter oder? Ich habe kein Zeitlimit. Ach, wir spielen das. Ich habe auch keine Waffen mehr. Kann ich ja gleich neu anfangen. Oder Moment, sind die Waffen jetzt woanders hin? Nö, Fickstar. Quid-Domain-Menü. Start. Ah, Astridensstützung. Virus wäre unter der Stützung versunkenes Schiff. Schon wieder ein Schiff. Wie kreativ. Siehme an, dass der Laderaum dieses Schiffes voller Gold ist. Aber die Wand kommt von innen nicht heran. Aktivieren Sie die vier Sprengkapsel und bestellen Sie dann den Zünder, damit das Schiff gehoben werden kann. Wozu mache ich das noch? Ich habe schon noch mehr Geld, das ich hier ausgeben kann. Stand doch in der Einbissionsbeschreibung. Muck. Stirb, stirb, stirb! Ah, da ist aber jemand kreativ, ne? Aber so richtig... Wofür? Ah, da geht's lang dann. Da geht's dann lang. Dann und wann. Das fliegt denn da schon wieder rum. Ah, Feuer! Aus allen Rohren! Ah, da war schon so ein Fick-Drecks-Dings-Booms-Dings-Dings, ne? Ah, da geht's noch... Ah, da steht noch ein Turm rum, ist ja schön. Ah, da steht noch ein Turm rum, ist ja schön. Nö, 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 das reicht für heut. Hab genug aufgenommen. Mir egal. Sind zwar keine ganzen vier Stunden, aber es reicht. was habe ich dir doch vor mir nach also 1 2 3 4 5 6 noch viel zu viele das war's für heute mit vorsägen auf inseln er in zehn jahren auch total mahem es ist wunderbar dieses spiel egal karl das war's für heute ich sage auf wiedersehen zum nächsten mal